Haben wir's geklärt jetzt? Ja. Sehr gut. Bauer! Ist er gegen die Wand gelaufen, der Honk. Wollen wir mal Speeddose? Ach, geht nicht. Ich find nie irgendwelche von diesen komischen Dosen. Nie. Denk mal drüber nachschauen. Ja, wo die Waffen am Anfang waren, das ist noch ne Speeddose, falls jemand braucht. Das wär was für Laura gewesen. Wer? Wer ist Detective? Ich kenn keine Laura. Meine Wenigkeit. Oh, dann nerf ich's weg. Leuchtturm unten. Also, Erdgeschoss. Ich komm zu dir. Da wurde der Mob ein bisschen geschobt. Oh, jemand ist tot. Ähm, warte mal. Hier liegt jemand tot. Das ist doch ein schönes Spielzeug. Hier schauen. Oh, unangenehm. Dan und Elite Taco waren's nett. Hör auf damit. Hör auf damit. Marco. Ich komm hier nicht raus. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Marco. Okay, wer ist mehr als einer gestorben? Wurde er platt gemacht irgendwie vom Dings oder so? Wahrscheinlich vom Traito. Hinterrücks vom Aufzug erschossen. Wo war hier ne Speeddose? Ist schon weg. Okay, damit man, damit man versteht, wie wir hier spielen. Random. Was haben? Jemand hat mich nicht informiert. Wo ist da unten? Wo ist denn da unten? Aua, ich wurde getastet. Na gut, Markus, auch. Keine Ahnung. Aua. 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 Gib mal was. Ich hab nix mehr. Muss das. Gäste mal. Hi. Wieso? Aua. Aua. Wieso sollte ich's sein? Weil du mich geportet hast. Hey, ich hab dich nicht geportet. Aua, Sarah! Natürlich. Geh tot. Hahaha. War es jetzt? Jetzt wissen wir's immer noch nicht. Super. Auf jeden Fall. Der andere lebt wieder. Was? Hä? Wer schießt mich ab? Mob. Mob hinter dir. Wo denn? Am Strand. Mob hat Vako gekillt. Da liegt noch ne Leiche. Hier liegt ne Leiche. Tako. Er ist das rote Haus, glaub ich. Oh, nein, er ist ein Leuchtturm. Ich bin tot. Okay, ich bin nicht tot. Äh! Jens ist wahrscheinlich tot, weil der war auch, glaub ich, ein Leuchtturm. Mich kriegt da keiner... Oh, Jens war Treadhought. Lebt noch ein Inno? Dan! Ja, ich lebe noch. Mob lebt wahrscheinlich... Ja, ich weiß nicht, wo Mob sie ist. Wär das Leuchtturm wahrscheinlich unten. Oder jetzt mittlerweile am Strand oder so. Keine Ahnung. Warte, 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 warte. Ich glaube, es ist Kai. Ey, es ist... Ne, warte mal. Fuck, ich hätte die Scheißdinger nicht setzen sollen, ey. Kack, ey, so eine Kacke, so eine Kacke. Markus übrigens Inno. Ja, ja, ja. Alter, was warst du denn hier auf? Marco hat mich schnell verlassen, ja. Ja, der hat mich gleich wieder gekillt. Das riecht, das riecht halt überhaupt sie. Marco lebt! Marco lebt! Bei meinem ersten Mal hab ich den Fahrstuhl kalt gemacht, ey. Ja. Ja, ich... Das war aber unlogisch, weil ich eigentlich gar nicht darunter war, als der untergefahren ist. Ja, vielleicht so leicht berührt. Jemand hat die Katze weggeworfen, ist das ernst? Aber Anton, jetzt hast du gesehen, wie wir spielen, oder? Hab dich wiedergelebt als Inno, weißt du? Bisschen Spaß machen. Ich weiß ja nicht, warum ich schon wieder direkt von dir hier fertig gemacht werden wollte, sollte tun. Sarah. Keiner muss es. Nein, du hast es so gesagt, jetzt siehst du, wie wir spielen, wenn du im Moment... Oh, da sind diese komischen Angriffsbälle am Strand. Angriffsbälle. Und hier oben liegt auch die Waffe. Angriffsbälle, wo ist denn hier oben? Auf dem Leuchtturm. Leuchtturm. Ähm. Leuchtturm-Bällchen. Hier hat er schön auf dem Leuchtturm, hat er sie oben abgelegt, sauber hingelegt und ist abgehauen. Zauber. Richtig gut. Ui. Uiuiui. Uiuiui. Ob City, Mob City, Mob City. Live. Oh, jawoll. Ich auch, ich auch. Hilfe, Hilfe. Danke. Was heißt das? Ich hänge her. Ja, ich hab die grad gekillt. Oh nein. Warum? Ja, keine Ahnung, weil ich hier irgendwo... Ah, hinter mir. Kolumbus will uns töten. Nein. Dich. Aufhören. Und alle, stopp. Hält ihr zaubergekillt? Äh, das Wasser. Anton bestimmt. Nicht du, Kai. Oh, oh. Nee, nee. Das Wasser. Oh, okay. Glaub mir. Gut. One Columbus ist es. Hopp. Ich hab beide eine unterschiedliche Rasse. Ich hab die Rocket Lounge auch eine Munition aufgehoben. Ja, das, die, die Dinger, die Bällchen hier unten, die sind das. Ich leg mir so von oben, snack ich jetzt irgendwen geil weg, weißt du? Also, hör mal so hell rein. Sorry. Sorry. Sorry, den musste ich leider ins Wasser befördern. War das mich? Ja, ich war das. Ach, du hast dich nicht benutzt oder was? Kontrolliert, genau, ja. Oh. Dumm, dumm, dumm. Sag, wieso war das so cool? Ja, wenn's komisch ist, Jakob. Da hab ich dann halt, ähm, Kolumbus übernommen. Wie nennt ihr mich eigentlich so? Ja, ist echt komisch. Fuck. Das ist manchmal hier so. Also, einer, einer der Mitspieler, der heißt in-game mittlerweile Boris, ähm, hieß aber Berias und heißt in Wirklichkeit Stefan. Und da, ein anderer Spieler, der gar nicht mehr misspielt, der hat ihn halt, äh, Boris genannt und dann hieß er Boris ab dem Zeitpunkt. Er hat sich halt verliegen. Oder Mopsi ist halt, ich hab jemand sterben sehen! Hä? Ich geh von Dings aus, Paperplane, ich geh von Paperplane aus. Ich des, äh, ich desinfizier. Oh, Jakal. Ist natürlich unangenehm. Ah, hier, so. Äh, Schweinchen, du hast das bestimmt, hä? Ja, ja, genau. War's Paperplane? Äh, hab ich jetzt nicht geguckt. Äh. Ich hab nur... Ja. Wenn man in die Leiche guckt, sieht man ja. Ja, ja. Paperplane. Schein! Oh, schon wieder... Mopsi ist es! Mopsi hat Schein gekillt! Ja, hab ihn, hab ihn. Mopsi! Mopsi, die Leine. Oh, sehr gut, Darn ist auf jeden Fall ein ganz toller Bubi. Genau, das ist Schein. Hat Darn jetzt kontrolliert? Das ist möglich. Was ist das denn? Optimal Peats mit ihm, geil. Da kann man die Vögel nicht töten. Ich find, die Färben sind nicht zu sterben. Oh. Oh! Aua! Ich werd abgeschossen! Du hast doch mich geschossen! Was machst du denn? Shit! Hahahaha! Das ist... Das ist... Hahahaha! Oh, Alter. Hahahaha! Vielen Dank. Oh shit, shit, shit. Der weiß, wo ich bin. Der weiß echt gut, wo ich bin. Ist der oben auf dem Leuchtturm? Oh nein, wir sind zu spät. Ich glaube, ich bin noch nicht rechtzeitig zu dieser komischen Waffengathering hier gekommen. Ja, in den Häusern gibt es ja auch noch ein bisschen was. In den Leuchtturmen und in dem kleinen Häuschen davor. Crowbar for the win. Aha, was war das? Oh, oh. Oh, oh. Wer ist tot? Nein, wo ist die Shotgun hin? Ja, alles ignoriert er, Marco. Ohne Scheiß. Oh. Ciao, Marco, Junge. Oh, wie ist Marco gestorben? Ja, ist die Treppe runtergefallen, offenbar. Ohne Fremdeinwirkung, ja. Nee, hier ist was explodiert. War da eine Melone? Ja, irgendwie sowas. Wer war denn das? Hammer Marco, ey. Cow Marco. Ja, und jetzt ist auch noch Mopsy Dete, der wird ihn noch niemals wiederbegeben. Ich habe keine Coins mehr, leider. Das war doch klar. Ich dachte, du wärst der Coinmaster. Nee. Ja, ja, genau. Das liegt mir jetzt einfach so davor, ja, dass ich das alles ausgegeben hätte. Ja. Peng Dan, Keller, Keller Dan. Keller Dan, ich geb dir gleich mal Keller Dan, ey. Wo ist denn hier im Keller? Was ist denn? Koldus! Was? Was? Ich hab nur Streckeleins ausprobiert, was ist das? Hm. Was? 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 Ah, du Wichser. Mopsi hat dich übernommen. Hey, hey, hey. Da legst du so eine Solo-Nummer hin und dann sowas. Hätte ich einfach geschossen, weißt du. Wie hast du die Turtle dann schon wieder überlebt? Ich war zu schnell. Also ich war zu schnell da halt. Die hast du gerade erst getroppt. Also ich habe es ja gesehen, wie du es geworfen hast. Ich dachte, Jens kommt mir hinterherglauben. Was genau ist denn jetzt eigentlich dieser Tranquilizer? Also ich habe noch auf dich geschossen. Du hast dich ja weiter bewegt. Ja, also wenn du triffst, dann nocke ich irgendwann aus. Je nachdem, wo du triffst. Ist das ein Metal Gear-Ding oder was? Ach, gut zu wissen. Ja, wenn du mich am Kopf triffst zum Beispiel, bin ich meistens sofort ausgenockt und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Random Event das ist. A Detective Hell, okay. Ah, was die so kaufen. Aha. Oho. Aufschlag, Traiton. Aufschlag. Marco. Oh, lo, lo. Du hast dich geschossen, du hast verloren. Oh, Feuer. Hui. Dum, 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 dum. Nee. Marco, spring. Hui. Ja. Glück, konnte ich nirgendwo runterfallen. Nein. Dum, 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 dum. Dum, dum. Oh, oh. Marco ist schon wieder tot. Ich hab mich schon gefragt, was die machen. Wie war das? Zum Glück könnte ich nirgendwo runterfallen. Wer hat das denn? Ist Marco tot? Nein, steht noch. Aber jemand schießt auf mich. Wer? Wer? Ich sag schein. Ich sag schein. Ich sag schein. Schein, kleinste. Schein, der kleinste. Marco ist fast tot. Den könnte man snacken. Oh. Snack den mal. Verrate ich auch nicht. Hey, wer hat uns abgeschossen? Wer war, wo war das? Weiß ich nicht. Ich sag immer noch schein. Ja, und? Ekelig. Runter. Zwei die Granate geschmissen. Aber Mopsi. Mopsi, ich bin Inno. Hast du hoffentlich jetzt gemerkt dadurch? Mhm. Mopsi. Ich glaub Kollenlost ist es. Ja, ich. Oder wer ist es? Wer hat, du schießt einfach auf irgendwen. Ich glaub, wer ist es. Ich hab auf keinen geschossen. Nee, niemand hat doch nicht geschossen. Das ist das Problem. Nee, nee, nee. Wir wurden hier auch angeschossen. Ich bin mir auch gar nicht sicher von wo. Ah. Oho. 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 Oh, aua. Scheiße. Jemand wurde wiederbelebt. Hat jemand einfach so recht aufschauen. Himbeer ist Traitor. Himbeer Traitor. Himbeer Toni. Okay, Marco ist der andere Traitor. Himbeer Traitor. Äh. War das jetzt falsch? Nein, war richtig. Himbeer und Marco noch, ja? Ja. Elite Taco. Oh, hier ist, ah, okay. Alter, ich verschüsse, ich weiß nicht, wohin. Confirm, bitte. Ey, oh scheiße. Oh, was ist denn da? Weil du's bist. Weil ich mir kann einen Angekropfen, oder was? So viele Credits, sonst hab ich nichts damit anzufangen. Nein. Oh. 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 Alter, ey. Einer gegen vier. Wieso waren wir jetzt hier Traitor? Marco, das hast du richtig gut gemacht. Das war richtig smart von dir. Wegen Roll-Defi. Assi. Als da schon stand Roll-Defi, war schon scheiße. Und dann stand da Bumerang, also Marco. Ja, ich mag Marco. Er hat sich gefütet und dann hat er einen Roll-Defi gekauft. Richtig. Da waren schon vier gegen zwei. Da war es egal, dass man es wusste. Äh, ich hab kein... Oh, doch, ich hab mal. Okay, nur noch abholen. Nur noch abholen. Uiuiui. Ich hab den Titel. Ah, nee, die werden sofort rausgenommen. Oh, lei, wer war das? Ach so. Oh. What the heck? Die kannst du nicht mehr ziehen. Oh, der Detektiv hat gerade immer... Ja, der andere hat den Titel getötet. Ach so. Sammler-Hauptung. Oh, okay. Alter, was? Der Detektiv tut das hier alles. Hat man nur endlich Hauptpunkt. Hallo! Hallo! Oh, das war knapp. Gut, dass er mich treffen kann. Du Assi. Du stirbst als erstes. Wie bei Rocket League. Ich bin possesed. Was? Du. Possesed. Oh, shit. Ach, komm, ey. Weiß ich... Oh, sick! Tschüss! Da, ein Killer, ey. Richtig nice.